Hallo, ich bin Christian Rahn und gemeinsam mit Carsten Schnahtmann betreibe ich einen Podcast, den Mittelstand-Hautnah-Podcast. Und heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, einfach mal Danke zu sagen. Danke an alle da draußen, die regelmäßig, unregelmäßig unseren Podcast hören, sich die Folgen rauspicken, die für sie interessant sind und wo sie Impulse mitnehmen können. Danke aber auch an all unsere Gäste, Insider und Praxistippsgeber, die alle Themen rund um den Mittelstand auch aufgreifen und ihr Wissen mit euch teilen. Vielen Dank an alle da draußen, vielen Dank für Unterstützung und dass ihr dem Mittelstand-Hautnah-Podcast so treu seid.